Willkommen beim Getränk an der Losli in Menedorf am Zürichsee. Unsere Firma gibt es seit 1970. 1996 haben meine Frau und ich die Firma übernommen. Bei uns lagern über 600 verschiedene Minerale, Süsswasser, Säfte, Bier, Wein und Spelituosen. Wir legen grossen Wert auf Kundenbedürfnisse. Wir versuchen aber auch, möglichst viele Produkte von kleinen, unabhängigen Firmen anzubieten. Eis und Gas rundet unser Angebot ab. Unsere Rampe ist ideal für Kunden, die ihren Einkauf schnell und bequem selber erledigen wollen. Keine Parkplatzprobleme und Getränke werden zum Auto gebracht und eingeladen. Wer es noch einfacher will, lässt sich die gewünschten Getränke heil liefern. Unsere langjährigen Mitarbeiter erledigen die Schlepperei für sie. Nicht nur Privatkunden schätzen unsere Dienstleistungen. Viele Restaurante, Kantinen, Heimfirmen und Kiosk oder Saisonbetriebe, wie z.B. Strandbäder, werden von uns beliefert. Wir legen enorm grossen Wert auf konstant guten Service. Kundenzufriedenheit ist uns das Wichtigste. Eine weitere Stärke ist die Beratung und Belieferung von Festanlässen. Von der kleinen Privatparty bis zum Grossanlass, wie z.B. das kantonale Musikfest. Wir vermieten auch Festmobiliare, wie Kühlschränke, Kühlwagen, Tischgarnituren, Buffet und vieles mehr. Schnell, einfach, bequem. So soll es für unsere Kunden sein. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal.